Erst vor wenigen Wochen gaben Bauer sucht Frau Paar Patrick Romer, 27, und Antonia Hemmer, 22, ihre Trennung bekannt. Nun offenbarte der Landwirt, dass er bereits bereit für eine neue Liebe sei. Bauer sucht Frau, das traurige Ende von Patrick Romer Antonia Hemmer. Auch bei ihnen schlug der berüchtigte Sommerhaus-Fluch zu. Patrick Romer und Antonia Hemmer lernten sich 2020 durch die RTL-Kuppel Show Bauer sucht Frau kennen und lieben und wirkten stets wie ein Herz und eine Seele, doch ihre diesjährige Teilnahme am Trash-Format Sommerhaus der Stars veränderte offenbar alles. Vor allem der Landwirt bekam von den Zuschauern extrem viel Kritik für seinen Umgang mit seiner Freundin, viele forderten während der laufenden Staffel sogar, den 27-Jährigen aus der Show zu schmeißen. Und offenbar hielt die Liebe des Bauer sucht Frau Paares dem Druck von außen dann doch nicht mehr stand. Bei Instagram gaben Patrick Romer und Antonia Hemmer Mitte November schließlich ihre Trennung bekannt. Irgendwann kommt der Moment, in dem man sich entscheiden muss, ob man die Seite umblättert oder das Buch schließt. Durch die vielen Höhen und Tiefen, die unsere Beziehung begleiteten, hatten wir auch diesmal bis zuletzt die Hoffnung aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand. Die unvergesslichen großen und kleinen Erinnerungen an die gemeinsamen zwei Jahre erschwerten uns diesen Schritt. Patrick Romer, bin offen, jemanden Neues in mein Leben zu lassen. Und obwohl das Liebes-Aus erst wenige Wochen zurückliegt, scheint vor allem Patrick Romer schon wieder nach vorne zu schauen. Er löschte nicht nur kurz nach der Trennung alle gemeinsamen Bilder mit Antonia Hemmer, sondern machte während einer Fragerunde im Netz auch deutlich, dass ein Liebes-Kommeback für ihn ausgeschlossen sei, Wegen unüberbrückbaren Dingen, die passiert seien, in den letzten Wochen sind so einige unüberbrückbare Sachen passiert, die das ein Liebes-Kommeback, Anmerkung D. Red Aktuell einfach überhaupt nicht zulassen Doch damit nicht genug, denn allem Anschein nach wäre der Bauer-Sucht-Frau-Kandidat auch einer neuen Frau in seinem Leben nicht abgeneigt. Auf die Frage eines Followers, ob er schon wieder bereit für eine neue Beziehung sei, erklärte er offen. Auch wenn die Trennung noch frisch ist, bin ich immer offen, jemand Neues in mein Leben zu lassen. Klar hängt man gedanklich und emotional noch am Ex-Partner, aber Single sein gibt mir nichts. Ich teile lieber Momente und Erinnerungen, gab Patrick Romer offen zu. Nicht unwahrscheinlich also, dass wir ihn bald mit einer neuen Frau an seiner Seite sehen. Die letzten Staffeln von Bauer-Sucht-Frau oder Das Sommerhaus der Stars kannst du dir jederzeit noch einmal bei RTL Plus ansehen. Die letzten Staffeln von Bauer-Sucht-Frau Die letzten Staffeln von Bauer-Sucht-Frau Die letzten Staffeln von Bauer-Sucht-Frau